WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja! Gewonnen, Bittes! Gewonnen! Mensch, Connor ist Bürgermeister! Der kämpelt den Laden um! Ja! Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung! Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will! Er ist Bürgermeister! Seht, am Fenster! Fickt euch, Leute! Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken! Oh, nein! Vorbei! Das war's! Aber das darf's nicht gewesen sein! Das war's, Kyle! Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten! Neuer! Neuer! Kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt morgen Freeman! Neuer? Es gab eine Zeitverschiebungsanomalie! Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch! Komm zum Taco-Laden! Wir müssen das beheben! Ihr habt's gehört! Alle Freedom Pals kommen sofort zu Freemans Tacos! Das erwarten kann man Party, wenn der selbst Justizle einsetzt! Das war's! Okay, Wunderarsch ist da. Morgan Freeman hilft uns, Cutman aufzuhalten. Wie soll man ihn jetzt noch aufhalten? Er ist schon gewählt worden. Wunderarsch ist schuld. Er hat uns durch die Zeit gefurzt. Oh ja? Deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit. Wir müssen irgendwie zurückgehen und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt. Das ist der siebenschichtige Cesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. Das letzte Mal, als denn jemand gegessen hat, furzt er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte. So, ich muss dich warnen, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Cesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt. Hast du verstanden? Du bist also bereit für den siebenschichtigen Cesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Du scheiße! Oh ja, es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Oh nein! Du hast nicht an dich geglaubt! Du hast nicht an dich geglaubt! Du hast nicht an dich auch aufhörst Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten allerseits! Es ist Weihnachten! Saufen wir uns zu! Was zur Hölle? Zu spät! Wir sind in der Zukunft gelandet! Jetzt ist Cartman schon im Amt! Bring uns zurück! Bevor das alles passiert ist! Das klappt nicht! Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen! Das wäre rektakulär! Scheiße! Toolshed hat recht! Er muss schnell zu einem Arzt! Vorsicht, Wunderarsch! South Park ist echt unheimlich an Weihnachten! Oh hey Jungs! Frohe Weihnachten! Okay! Ich bin sowas von am Arsch! Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen! Was tun die in diesen Drinks? Mr. Mackie, da ist Katzenpisse drin! Hören Sie auf zu trinken! Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs! Okay! Da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzug... Oh Gott! Die schon wieder! Keine Angst, Leute! Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn! Frohe Weihnachten euch allen! Hey, dann selbst Justiz hat ja die Bürgermeisterin meinte! Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was! Ja! Ja! Oh, gleich knallt es! Mein Weihnachtsgeschenk... Wuhu! Los, da dann! Ach, Gott hat sie aufgewärmt! Oh, Fuxi, deine... Dunkle Magik! Sorry wegen des Zufs! Alter, diese Zeitbewohner können wir nicht besiegen! Die killen uns! Es ist aus! Sekunde mal! Es ist Weihnachten! Ich weiß, wer uns helfen kann! Wunderarsch! Du musst zu Jesus beten! Ja, ja, natürlich! Du musst fest an Christus glauben! Verstehst du? Bete zu Jesus, Wunderarsch! Das ist unsere einzige Hoffnung! Das reicht nicht! Du musst noch mehr zu Christus beten! Bete für seine Erlösung! Komm schon, Neuer! Glaube an Jesus! Bete zu Christus, oder wir sind tot! Er hat's geschafft! Da kommt jemand! Okay, welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen! Jetzt sind meine Rentiere tot! Ho, 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 ja! Seht mal! Der Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann? Ja, fressen wir sein Fleisch! Heil, Satan! Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder! Santa prügelt die Scheiße aus euch r- Oh, Mist! Wir hatten nicht erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht! Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hasi! Sei nicht traurig, Feli! Ich kann mich selbst opfern! Hurra! Santa, reiß dir den Arsch kreuzweiß auf! Es ist schon Zeit, ihr Fieslinge! Dann werde ich mich für Satan reinhängen! Und der Arsch reißt ein paar Ärsche auf! Nette Zeitmanipulation! Heil, Satan! Ich bin dran! Wow, Hirschi! Schön geheizt! Danke, Freunde! Hast du schon mal einen Fuchs mit echten Lasern gesehen? Hör mal los! Ja! Ja! Oh, wow! Habt ihr das gesehen, Leute? Ja, Kirsten, haben wir! War auch verdammt Zeit! Heilung! Das war super! Danke! Danke, dass du mein Schwänzchen gerettet hast, Bibi! Fühlt den Zorn von Hubenkeit! Mögen die Winde des Chaos für dich blasen! Was willst du mir blasen, Chaos? Mahaha! Chaos! Macht euch auf Schmerz gefasst! Oh, härter Meister! Schmerz mich härter! Tod und Schmerz wagen! Oh, hier kommt Waschbärli! Es ist so toll, wenn wir alle zusammenhalten! Meine Güte! Guter Treffer! Ups, ich kann nix machen! Oh, Mist! Ich kann nicht mal was Böses machen diese Runde! So unfair! Ich mache meine Dominanz geltend! Ich werde dich besiegen! Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst! Jetzt komme ich! Ich helfe dir, Freunde! Juhu! Bin wieder fit! Hey! Ich dachte, ich werde erledigt! Ich bin drin! Okay! Pew, pew! Da wird die Nacht doch gleich noch stiller! Ja! Danke! Tut sein, ist langweilig! Jetzt bin ich wohl dran! Bedeckt eure Augen heim! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde! Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein! Muaaaaaaahhhhhh! Hatte ich! Du schaffst es! Für Valhalla! Oh nein! Bombenlos! Ich? Wuuuuhuuu! Muuuuhuuu! Muuuuhu! Muuuuhuuu! Muuuuhu! Ist Höllenfeuer nicht toll? Wer will Hirschzecken? Oh Mann! Ich werde leifig! Käpt'n Diabetes fürchtet nichts! Wie machst du das nur, Käpt'n? Wir sollten mehr zusammen unternehmen, ich zeig's dir gern! Du kannst mein Admiral Anarchie sein! Heiß und knusprig! Hm, was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zaun, der ist kalt! Was? Au! Stefan wird von dieser Tiermischhandlung hören! Zeit für meine mächtigste Waffe in den Hammer des Chaos! Das stammt Licht auf dem Wunschzettel! Mach sie fertig, Saftsack! Ziemlich cooler Move! Sorry wegen des Zugs! Das ist wieder natürlich! Stell dir ein anderes asanistisches Ideal! Ihr blöden Rottlöffel! Du Hurensohn! Was ist das denn für Ausdruck, Santa? Bestaut die wahre Kraft des Diabetes! Nimm das! Möge so als unheiliger Geist zurückkehren, Waldfreund! Breif den dunklen Fürst! Ich heile dich, Freund! Cool! Danke! Ich bin wieder bereit zu töten! Laserbehandlung gefällig! Piu-piu! Piu-piu! Wow! Gute Arbeit, Human Cut! Möge so weiter! Piu-piu! Ja! Mue resposta välichten! Piu-piu! MueOSH-ha-ha! Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes! Oh! Schädenkleister! Tut neinander! Hubschum! 晚amas-mologia-gab Просто Kommt schon! Lassen wir den Antichrist nicht warten! Eins, zwei, Diabetes! Satanschritt! Danke, Baby! Die haben mich richtig vergewaltigt! Au! Meisterhafter Schuss, Humankind! Naja, ich ziel ja nur mit meinen Augen! So gesehen solltest du eigentlich nie das Leben treffen! Bring in der Hölle, Kinder! Oh, ich bin dran! Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig! Bam! Versucht das doch mal, wenn wir eure Augen gefressen haben! Der Wind der Gerechtigkeit! Hö! Ruhe Weihnachten, Arschloch! Gute Nacht! Danke für die Hilfe, Santa! Keine Ursache, Kinder! Aber was läuft hier eigentlich für ne verfickte Scheiße! Tut uns weit! Wir versuchen in der Zeit zurückzureisen! Aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik! Ah, verstehe! Okay, dann lass mal deinen Arsch zusammenflicken! Mit dem besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig! Zur Abtreibungsklinik! Sing mit dir und sangart wie Orsboro Geräusche Steina! 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 Es tut mirs gemein! Los geht's!